Mahlzeit, Freunde! Willkommen zurück bei Fortnite und heute eine weitere wöchentliche Herausforderung. Und zwar kümmern wir uns um diese hier. Dafür müssen wir zehnmal auf Schlürfsprungpilzen rumhüpfen und dadurch Schilder regenerieren. Die finden wir am meisten wirklich in dem Gebiet um Reality Falls. Hier sehen wir auch riesengroße Pilze und da in der Nähe sind halt auch kleine Pilze. Ich mache da auch mal einen Marker, wir starten das Ganze und ich zeige euch, wie das Ganze aussehen muss. So, Freunde, ich bin jetzt bei Reality Falls gelandet. Das ist genau vor uns, ich stehe auf einem Riesenpilz. Und diese Pilze hier, die brauchen wir. Da springen wir einfach drauf, zack. Und mehr gibt es auch nicht zu machen. Pro Pilz bekommen wir 15... Oh, so ein Level kriegt. 15 Schilder zu. Das heißt, wir holen jetzt einfach einen Pilz, springen da drauf und zapp, zapp. Hier nochmal das Ganze. Ganz easy, ganz einfach. Und dadurch schließen wir die Herausforderung ab. Ich bringe noch in Gesundheit, Leben, alles drum und dran. Es müssen aber definitiv diese kleinen leuchtenden Pilze sein. Die Größe, aber der leuchtet nicht mehr, weil ich den schon benutzt habe. Also zählt er nicht mehr. Und wenn sie dann so leuchten, so wie der Kollege da hinten, dann fokussiert das Ganze. Und in diesem Sinne, ihr wisst Bescheid. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.